Jetzt habe ich mein Mikro in die Minute. So Freunde, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück, herzlich willkommen zurück. Ich glaube, mein Chat ist abgestürzt, ehrlich gesagt. Also ich habe das Gefühl, hier tut sich nichts mehr. Ich rufe es also mal neu auf. In der Hoffnung, dass ich euch wieder richtig sehe. Die Hocke sieht leichter aus. Das stimmt nicht, das stimmt nicht. Spiel. Ich muss hier mal ein bisschen rumklicken. Das ist leider jedes Mal bei dem Tablet so, dass man irgendwie die Werbung jetzt gucken muss. Oh, jetzt unterstützt die Abond war. Oh, der Techniker. Ich habe es nicht gemacht. Vielen Dank an Maurice, der hier die ganze Zeit die Regie noch mal eben nebenbei macht. Sehr, sehr cool von dir. Es spart mir extrem viele komische Griffe nach drüben. So. Ja, so klein. Wegschubsen. Wieder aufrufen. Hoffentlich nicht nochmal Werbung sehen. Nur Chat. Anwenden. Ey, wisst ihr, was ich ganz oft schon überlegt habe? Ich habe mir für zu Hause so ein Fire-Tablet geholt. Ich meine, die sind nicht super günstig, aber die sind jetzt auch nicht teuer. Ich habe, glaube ich, ich habe meins irgendwann mal in irgendeiner Aktion für 65 Euro geschossen. Das ist nicht super wenig, aber die Dinger haben saugute Akkulaufzeit. Die Twitch-App läuft Bombe auf denen bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber diese nur Chat-Funktionen, die hakeln nicht rum, die nerven nicht. Und Lifehack, den habe ich, glaube ich, auch schon mal bei mir im Stream gesagt. Ihr könnt die billiger kriegen. Es gibt eine Version ohne Werbung, die kostet 15 Euro mehr und es gibt eine Version mit Werbung. Ihr könnt die mit Werbung kaufen. Dann schreibt ihr dem Amazon-Support, dass ihr die Werbung darunter haben wollt. Und dann machen die die Werbung darunter. Dann ist die weg. Und das Gleiche geht zu Hause für euren Fire-TV. Hat zumindest bei mir funktioniert. Ihr schreibt bei Amazon, dass euch diese Werbung für die eigenen Amazon-Serien nervt, die ihr auf dem Fire-TV seht. Und dann nehmen die die weg. Dann ist die futsch, diese Werbung. Also ich habe da halt hingeschrieben und gesagt, ich finde das ganz schön nervig. Daniel, ach Daniel macht Regie. Vielen Dank, Daniel. Sorry, sorry, sorry. Ich warte mal, Maurice. Danke an Daniel für die Regie. Bei mir im Stream Werbung. Ja, im Stream, die meine ich nicht. Sondern ich meine zum Beispiel, wenn ihr Fire-TV habt, dann kommt immer Werbung vor den Serien für andere Amazon-Serien. Und ich meine, für Prime bezahlt man ja. Das ist halt ein bisschen Kacke. Ja. Also die Roll-in-Werbung, die könnt ihr nicht ausschalten. Nie. Sondern weiß ich nicht. Auch zum Beispiel bei den Fire-Tablets ist dann der Screensaver ist Werbung für Spiele und so. Und das ist dann weg. So. Jetzt können wir aber weiterspielen. Wir können weiterspielen. Ich muss mal gucken, ob meine Freundin nochmal geantwortet hat. Ich habe ihr so den Anfang meiner brillanten Idee präsentiert. Ihre Antwort war ein Ui. Aber Ui ist schon mal positiv, wenn ich ihr eine Idee präsentiere. Ihr müsst nämlich wissen, Lippenwerbung, weiß ich nicht. Das haben wir irgendwie geschenkt gekriegt. Ich habe eben Wasser getrunken. Jetzt hatte ich noch so einen Lippen. Und ich werde wahrscheinlich bei der Hälfte der Dose einen Zuckerschock wiederkriegen. Weil sonst trinke ich sowas nicht. Fire-Tablet ist so groß wie mein Handy. Nee, 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 nee. Ich habe eins, das ist schon, weiß ich nicht, so, würde ich sagen. Ja. So. Leben Sie hier in Cajona? Oh nein, ich lebe auf der anderen Seite des Sees in Rankin. Ich bin nur wegen der Barsche hier. Her mit der Idee. Die Idee gibt es erst später. Ich brauche nämlich eure Tipps noch, Mörbe. Lebt hier draußen irgendwer? Nicht, dass ich wüsste. Sie haben die Mine nach dem Krankheitsausbruch 92 dicht gemacht. Wurde nie wieder geöffnet. Meine Frau ist abergläubischer als ich. Sie findet es nicht gut, wenn ich so nahe anstaufgehe. Cajona ist eine richtige Geisterstadt. Mega geile Synchronstimme, die der hat. Achtet da mal drauf, wie geil diese Stimme ist. Stellt euch das mal vor, bei irgendeinem alten Wikinger, den ihr irgendwo am Straßenrand trefft. Oder ihr kommt an irgendeinen, wisst ihr ihr so, einen Wagen, der überfallen wurde. Und da sitzt ein einzelner Typ mit Blut an den Klamotten und sein ganzer Trail wurde ermordet. Dann sitzt er da so und redet mit der Stimme. Was wissen Sie über den Krankheitsausbruch? Das wurde alles untersucht und man hat rausgefunden, dass es mit einer Lieferung kontaminierten Pökelfleisch losging. Habe gehört, der Händler hat seine Lizenz verloren. Rottet fast eine ganze Stadt aus und das ist alles. Das soll Gerechtigkeit sein? Ich habe einen Kurs von Niklas gefangen und mir danach an die Hosentasche gemacht. Und? Weißen Sie? Sie sind da unten. Man muss bloß geduldig sein. Was für Köder benutzen Sie? Die ganzen jungen Hüpfer benutzen heutzutage diese labberigen Plastikköder. Ich ziehe lieben Köder vor. Fühlt sich fairer an. Wie kriegt man denn feiertabtische 60 Euro? Die sind ab und zu beim Angebot. Also ich habe auch gesagt, es war irgendeine Aktion mal, dass ich das so günstig bekommen habe. Sonst kosten die doch, was kosten die? 90, 95 oder so? Ich weiß nicht. Zieht einen ganz schön runter, was so im Radio läuft, oder? Ja, wahrscheinlich ganz gut, dass die Batterien leer sind. Dieses komische Signal hat sowieso die ganzen Fische vertrieben. Was für ein komisches Signal? Hast du es nicht gehört? Immer wieder stürzt so ein seltsames Rauschen den Empfang. Die Leute sagen, es liegt am Wetter. So oder so nervt es total, das kann ich dir sagen. Irgendeine Idee, woher dieses seltsame Signal kommen könnte? Woher es kommt? Habe ich nie drüber nachgedacht. Glaubst du, es könnte das Militär oder sowas ähnliches sein? Sowas ähnliches. Könnt ihr mal nachgucken? Wer das gesprochen hat? Findet ihr das raus? Ist der Österreicher? Ich habe irgendwie das Gefühl, manchmal hört es sich so ganz leicht so an. Kann ich mir Ihr Radio leihen? Leihen? Wofür? Ich bin irgendwie daran interessiert, herauszufinden, was es mit diesem Signal auf sich hat, das Sie erwähnt haben. Ich habe dir doch gesagt, die Batterien sind leer. Wer idiotisch ist zu nehmen? Sehe ich aus wie ein Idiot, guter Mann? Ja, na gut, du kannst das Radio leihen, wenn du mir einen Wasserhaken bringst. Ja, das ist 10, so kostet eine 5, achso, er ist ja, dann ziehst du aus solchen Spielen Inspirationen für Pen & Paper? Schon, ich würde sagen, aus ziemlich allen Medien, die ich konsumiere, ziehe ich so ein bisschen, so ein bisschen was. Mal mehr, mal weniger. Sie brauchen einen Wasserhaken? Yep, ich muss meinen irgendwo im alten Dorf verloren haben. Und jetzt wollen Sie, dass ich ihn suche? Das ist sowas wie ein Angelhaken, richtig? Für so einen cleveren jungen Burschen wie dich sollte das kein Problem sein. Okay, abgemacht. Ich halte meine Augen auf mich. Kommt Ihnen das mit dieser Krankheit, von der Sie im Radio erzählen, irgendwie bekannt vor? Was meinst du? Erinnert Sie die Krankheit an das, was früher hier passiert ist? In Kahuna? Nee, das kann unmöglich das Gleiche sein. Nee. Junge, ist das kalt hier draußen. Ihr Grünschnäbel hättet euch Wärme anziehen sollen. Grünschnabel? Wen nennen Sie hier Grünschnabel? Den Typen, der mit Turnschuhen auf dem Eis steht. Bis später. War Tetris eine Inspiration für Pen & Paper? Naja, manchmal muss man halt abstrakt denken. Ich hab mich auch schon von Theaterstücken, nicht für die Story, sondern von der Erzählweise inspirieren lassen. Wenn man aus Tetris was lernen will, ist das vielleicht die klare Struktur dessen... Also, wissen Sie, was Tetris gut hinkriegt? Mit einer klaren Erwartung und einem minimalistischen Spielprinzip jemanden lange daran fesseln. So, wir alle haben schon mal eine halbe Stunde, Stunde vor Tetris gesessen. Und das ist schon smart. Und das kann man hinkriegen, wenn man dem Nutzer stark das Gefühl gibt, aktiv mitzuwirken. Also, dass der Nutzer ganz klar weiß, er beeinflusst was und hat Incentive. Also, so ein Gefühl davon, besser zu werden oder voranzukommen. Und das kann man auch hinkriegen mit einem Spiel zum Beispiel oder einem Pen & Paper. Das kann man schon machen. Also, man kann tatsächlich aus guten Medienprodukten kann man eigentlich fast immer was lernen, das man aufs eigene Arbeiten übertragen kann. Aus guten Medienprodukten. Ich ziehe noch weiter. Der ganze See ist zugefroren. Kaum zu glauben, dass darunter noch Tiere leben. Geile Location auf jeden Fall. Gilt aber nicht für jeden Job. Nee, nee, kreativ, hab ja gesagt. Kreative ist für kreatives Arbeiten. Aber ich glaube, in fast jedem Job kann man besser werden, wenn man einfach versucht, Dinge, die an anderen Stellen, die mit dem Job irgendwie über eine Schneidung haben, gut funktionieren. Ja. Also, keine Ahnung, wie soll ich das beschreiben? Aus der Clan-Struktur eines Videospiels kann man vielleicht auch als Lagerist irgendwas übernehmen dazu, wie man möglichst logisch irgendwas aufbaut. Also, dass quasi hier ein Screen ist, von dem geht's da hin, von dem geht's da hin und das muss eine logische Überbrückung sein. Keine Ahnung, keine Ahnung, ich habe noch nie als Lagerist gehabt, ich habe echt als viel gemacht, äh, Lagerist war ich noch nie. Bitte einmal der Musik lauschen. Okay, machen wir. Das ist wirklich sehr schön. Erinnert mich ein bisschen an den World of Warcraft, äh, Northrend Soundtrack. Das ist schon schön, die Musik. Es ist einfach an sich ein sehr schön gemachtes Spiel. Das habe ich dem Markus von Backwoods auch schon mehrfach geschrieben, das ist echt, ich sagen muss, eins der Point-and-Click-Adventures, die ich so gespielt habe in den letzten paar Jahren, die mich mit am meisten beeindruckt haben. So, also, wie konsequent, wie gut der Humor ist, wie konsequent die Geschichte erzählt wird, wie schön der Stil auch ist. Und dass ein Indie-Developer so viel Mühe in alle Parts steckt. Die Sprecher sind super gut einfach, also, keine Ahnung, die sind so krass gut. Markus Raab kommt aus dem schwäbischen Biberach, ah, okay, ist der Sprecher wahrscheinlich. Das ist so krass, wie gut die Sprecher einfach sind, wie gut der Soundtrack ist, wie viel Mühe die sich mit Story und auch mit Art-Design gegeben haben und so. Also, normalerweise gehen Indie-Developer ja an ein Spiel ran und sagen, okay, es ist halt hier einfach klar, es ist ein Point-and-Click. Dadurch nimmt man halt aus Gameplay-Mechaniken viel raus. Aber, ja. Wie öde die Rätsel sind auch. Boah, ich finde gar nicht, also, ich hatte zwei Rätsel, die ich echt doof fand, so. Wo ich die Rätselstruktur blöd fand, wobei das eben mit dem Raum auch ein bisschen übertrieben. Ich fand eigentlich nur das mit dem, als wir am See waren, das war sehr kryptisch. Das war aber auch wirklich das Einzige, was ich so kryptisch fand. Dieser Ort ist wirklich heruntergekommen. Der Eisfischer hat gesagt, dass das hier eine Geisterstadt sei. Eine ganze Stadt nur für mich. Da könnte ich mich dran gewöhnen. Warum überrascht es mich nicht, dass es dir hier gefällt? Lass sie eben ausreden. Das mit dem Computer zum Beispiel eben, fand ich ein verhältnismäßig erwachsenes Rätsel. So, dass sie mich jetzt nicht an die Hand genommen hat und Baby gesettet. Sondern ich musste halt selber drauf kommen, wer dieser Name ist und was das Passwort sein könnte und so. Guck mal, sie rutscht immer so hinterher. Schlittschuh. Keine Antwort. Das muss so eine Art Seilbahn sein, mit der sie das Erz von der Mine runtergebracht haben. Hm. Die Hütten hier haben auch schon bessere Tage gesehen. Oder vielleicht auch nicht. Nur Jahre und Jahre. Ich glaube, das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, wo ich das Spiel gerade gelobt habe, für einen der wenigen Bugs, die ich bisher gesehen habe. Hm. Vielleicht finde ich da drinnen einen Wasserhaken. Großes Lob an Markus Raab dann, äh, den Sprecher von dem Beryl eben. Ui. Eine tolle Stimme, toll gemacht. Das muss der Stromschalter sein. Ups. Ich glaube, die Sicherung ist rausgeflogen. Es ist zu dunkel. Ich kann kaum was sehen. Der FI springt immer wieder raus. Ich muss mich erstmal um diese kaputte Birne kümmern. Es ist zu dunkel. Ich kann kaum was sehen. Ja, okay. Wir können nicht sehen. Das ist mir klar. Aber was wir jetzt machen? Eine gute, starke Angelschnur. Es ist zu dunkel. Ich... Okay, wir brauchen eine Glühbähne. Die wir irgendwo klauen müssen. Finde ich die Dialoge auch genial. Ja, mich fesseln die auch. Also, ich hör den auch gerne zu. Ich freu mich. Also, ich hab sonst schon oft, dass nach einer Weile dieser magische Moment kommt, wo ich den hier machen will. Skip, 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 skip. Und hier interessiert es mich halt auch wirklich, was sie zu sagen haben. Weil selbst Side-Characters sind halt irgendwie so witzig, dass es lustig ist. Also, dass es Spaß macht, denen zuzuhören. So, wir brauchen noch eine Glühbähne. Und hauke nicht eine Glühbähne dabei? Nee, die haben wir nicht mehr. Ich bin gerade auch ein bisschen irritiert, wo das Zeug ist, das wir hatten. Also, es ist halt scheinbar weg. Old Kahuna, New Kahuna. Bei der Bushaltestelle hatte ich so ein bisschen die Hoffnung, dass da vielleicht noch irgendwas ist, wo man eine Glühbähne findet. In den nächsten paar Stunden fährt hier kein Bus mehr. Wir haben jede Menge Zeit und... Nee. Ja, wo ist das hin? Na, es ist eine ganze Weile vergangen. Wir haben das, glaube ich, nicht mit auf unsere Reise genommen, quasi, das Zeug. Das war eben ja auch schon mal so, dass quasi alles weg war und wir neu gestartet sind. Dann hauke kurz Pause machen. Ich muss kurz auf Kahn, will nichts verpassen. Du, dann warten alle. Warten halt alle. Es muss schon irgendwie in diesem Schuppen jetzt weitergehen direkt, glaube ich. Also, die Glühbeine ist kaputt. Es ist zu dunkel. Ich kann kaum was sehen. Der FI springt immer wieder raus. Ich muss mich erstmal um diese kaputte Birne kümmern. Können wir die nicht... Können wir die erstmal ausbauen oder so? Diese beiden Sachen passen nicht gerade gut zusammen. Lieber nicht. Das kann ich nicht machen. Ich probiere jetzt einmal alle durch, weil ich gerade nicht... Das funktioniert so nicht. ...erkenne, ob das vielleicht eins davon ist. Ich glaube nicht, dass ich das tun kann. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Hm, das ist nicht richtig. Okay, wartet mal. Können wir von außen... Ist irgendwo außen ein Sicherungskasten? Das klingt nur schnell weg, weil da war gerade eine gute Idee im Chat. Sehr gut, da hat nämlich gerade jemand gefragt, ob wir rumlaufen können. Können wir nämlich. Vielen, vielen Dank. Sehr guter Tipp, sehr guter Tipp. Das heißt Tipp, sehr gute Idee. Nice. Wow. So eine Jacke sollte ich eigentlich tragen. Naja, eine, die nicht an einen Stuhl festgefroren ist. Die Kapuze mit synthetischem Pelz sieht aber noch gut aus. Ich finde sowas ja immer faszinierend, so Orte. Ich habe im Kliemannsland ja auch einen kennengelernt, Mr. Multitool, der jetzt, glaube ich, ein Jahr lang wirklich nur so Lost Places besucht. Also der wirklich einfach rumläuft, zu Fuß, durch ganz Europa, so dann pennt, wo er halt gerade pennen will mit Zelt und Co. Und sich halt verlassene Orte anguckt. Das ist so faszinierend. Also ich meine, keine Ahnung, das, was wir als Jugendliche uns immer erträumt haben, dass wir so diesen geheimen einen Ort finden. Wisst ihr, was ich meine? Ein Elektroherd wird nicht funktionieren, solange der Strom aus ist. Mathe Glühbirnen. Wusstest du, dass dem Typen, der die Dinge erfunden hat, eigentlich ein Streich gespielt wurde? Damals, in den 50ern oder so, hat keiner daran geglaubt, dass man Birnen mattieren könnte, ohne sie zu zerstören. Um neu eingestellten Entwicklern einen Streich zu spielen, wurde ihnen gesagt, sie sollen welche erfinden. Und einer hat es tatsächlich hinbekommen. Ein Streich? Ja, wie wenn du den Azubi losstiegst, einen Lufthaken zu holen oder das WLAN-Kabel. Oder einen Wasserhaken? Einen Wasser? Ach, verdammt. Dieser Eisfische hat mich reingelegt. Es gibt jede Menge Lost Places YouTuber, die meisten sind ziemliche Hohlbeeren. Das muss ich halt auch sagen, dass ich viele Lost Places YouTube-Kram gesehen habe, wo ich dachte, in den USA ist es oft sehr reißerisch und in Deutschland mir oft persönlich zu wild zu doll eine bestimmte Stimmung erzeugen. Ach, Hamu ist da draußen am Arbeiten. Ich weiß nicht, ob man das hier hört, aber Alter ist da. Okay, schauen wir mal. Und ich mach mal eben die Tür zu. Diese matte Glühbühne sollte passen. Hallo, Emily. Kacke, Sekunde. Hat man immer noch ganz schön laut, so einen Staubsauger. Warum nicht mal jemand was erfunden hat, wie ein Staubsauger leiser ist. So, haben wir jetzt die Lampe ausgewechselt? Ich hoffe, ich habe gerade nicht mehr zugehört, leider. Ah, wunderbar. Okay. Okay. Hm, das Getriebe ist eingefroren. Problem an Lost Place ist immer, dass private Grundstücke sind. Das stimmt allerdings, ja. Ich frage mich, ob dieser Herd noch funktioniert. Ja, der geht noch. Das wird den Teekessel schön aufheizen. Hm. Ah, heiß. Funfacts, wurden schon leise Staubsauger versucht einzuführen, doch die Hausfrauen haben sie nicht gekauft, weil die davon ausgingen nicht so gute Leistung. Ich würde mich wahrscheinlich, ehrlich gesagt, beim ähnlichen Effekt ertappen. So, liebes Getriebe, die Pause war lang genug. Zeit zurück an die Arbeit zu gehen. Ha. Gut. Da fehlt aber auch ein Stück zum Rohr, ne, wenn ich das richtig sehe. Okay, das Getriebe ist frei. Aber wo bleibt der uhrenbetäubende Lärm? Mal sehen. Wähle Neukonfigurationssequenz. Okay, was? Hm. Hm. Ach so, da. A. W, C. Ah, okay, ich sehe es schon. Okay. Die blinkt. Das heißt, wir müssen jetzt, nicht, wie soll das? Was müssen wir? D oder was? D. D. Okay, ich verletze die Bände falsch rum. Das ist schon so. So. Okay. Okay, was macht die? Lang. Lang. Und dann kurz. Aus. Erlang. Okay, wir sind jetzt auf Sequenz A. Wir sind jetzt auf A. Ich verstehe noch nicht, was wir machen müssen, ehrlich gesagt. Die wird nützlich sein, wenn ich einen aufmüpfigen Yeti erdrosseln muss. Das könnte auch B sein, das Leuchten, ne? Warte, jetzt macht sie. Blink. Blink. Jetzt ist C. Jawohl. Funktioniert wieder. Okay, nice. Haben wir hingekriegt. Weiß noch nicht, was es jetzt macht, aber wir gucken mal. Hm. Okay, die Seilbahn funktioniert. Ich könnte jetzt hoch zur Mine. Super. Ich bleib einfach hier unten und schreib einen Bestseller über deinen eisigen Tod. Halliwell. Ich meine, ich bleibe hier unten und steuere die Seilbahn. Pass gut auf dich auf, da oben. Na gut. So geraten. So geraten war gar nicht geraten. Frech. Äh, was bei euch eigentlich gerade die Viewer-Zahl, ich frage mich die ganze Zeit, ob die stimmt. Irgendwie ist bei mir eingefroren. Irgendwie ist bei mir eingefroren. Lieber Chat. Okay, nee, dann stimmt die, ist bei mir auch. Ich hab das Gefühl, das ist sie seit Stunden. Ja. Mieneaufgang. Der zugenagelte Eingang zur Mine, wo Arbeiter im Dunkeln unter sklavenartigen Bedingungen ihre Lungen ausgehustet haben. Es ist der Respekt für diese ehrenhaften Männer und Frauen, der mich mein Leben lang hat nicht richtig arbeiten lassen. Okay, nee, jetzt ist sie gesungen. Stimmt, ja, dann hab ich mich versehen. Danke. Hey, das sieht gefährlich aus. Ich nehm das lieber mal mit, bevor sich noch jemand verletzt. Was für eine Pracht. Ich hab immer davon geträumt, an Maschinen wie der hier zu arbeiten. Okus streamt nicht unter 2K. Du, wir spielen ein Point and Click. Ich glaub, jedes Point and Click kann froh sein, wenn's auf YouTube ein bisschen was, äh, auf Twitch ein bisschen was abholt. Lawinenwarnung. Wie soll es eine Warnung sein, wenn das Schild erst hier auf dem Gipfel steht? Glückwunsch, Sie haben den Gipfel erreicht. Bitte unterdrücken Sie Ihre Fürze, um keine Skihilden zu zerstören. Dieses Schild löst leichtes Unbehagen in mir aus. Mal's gucken. Lawinenwarnung. Guck mal, da ist ein Tippfehler drin. Dieses Schild löst leichtes Unbehagen. Da ist ein H in dem Wort Lawinenwarnung. Wie soll es ein Glückwunsch? Dieses Schild löst leichtes Unbehagen. Ich sehe nur weiß, außer diesem Angler. Lawinenwarnung, da mit einem H. Wie soll es ein Glückwunsch? Ok, hier haben wir einfach nur ne geile Aussicht. Ja, mein Gott, ein Tippfehler schleicht sich mal ein. Sind das nicht Deutsche? Ja, wahrscheinlich. Aber ich sage ja, ein Tippfehler, ich sollte besonders nichts sagen. Ich neige zum Beispiel dazu, wenn ich in Gedanken tippe, ständig Wörter groß zu schreiben, die für mich einfach in meinem Kopf wichtig erscheinen. Dann tippe ich einfach Sachen groß. Die Brücke bricht zusammen. Puh, das war knapp. Weil es da hinten konnte man nicht weitergehen, da hat man schon gesehen. Ich komm nicht rüber. Die Lücke ist zu groß. Hm. Ich glaub nicht, dass ich die Bretter wieder hochfischen kann. Sie werden nicht anbeißen. Ich muss die Lücke in der Brücke irgendwie überbrücken. Ich kann mir doch neue Bretter hier einfach klauen, oder nicht? Die Hebelkraft. Dein Freund und Helfer. Die sind bestimmt besser, die Bretter hier. Die Bretter überbrücken die Lücke, aber sie sind sehr wackelig. Ich muss sie irgendwie fixieren. Ach, jetzt haben sie mir das Brechding weggenommen. Wenn mich da jetzt nicht reingehen kann, oder was? Sieht wirklich dunkel aus da drin. Irgendwie fixieren. Okay, mit Angelschnur. Das sollte die Bretter erst mal festhalten. Grausam ist es Schlossers Kraft, wenn er mit dem Hebel schafft. Im Grunde spielen wir hier ein Walkthrough, Leute. Im Grunde spielen wir hier ein Walkthrough. Der Professor muss irgendwo hier draußen sein. Ich muss ihn finden. Mäßchen nicht. Mäßchen nicht. Mäßchen nicht. Ich смысler moment. Ich weiß nicht. Das ist ein mugre apl even. Ich muss mich an, Pauwin-Binnä bulun workshop God, ich muss ihn aufру pr succeed. Ich muss ihn aufrunde zugreifen, Ich glaube, wir brauchen das Radio. Versuchen, das wieder in Betrieb zu bringen. Dann können wir vielleicht hier oben wenigstens eine Frequenz kriegen. Dafür brauchen wir diesen Gipfel. Ich glaube, wir brauchen das Radio. Hallo. Morgen, Morgen. Sowas wie einen Wasserhaken gibt es überhaupt nicht, habe ich recht? Aha, das war nur ein kleiner Scherz. Wir schicken die Neuen beim Fischen immer auf die Suche nach einem Wasserhaken. Urkomisch. Das war es echt wert, hier draußen zu erfrieren. Jetzt sei mal nicht beleidigt. Ich habe dich nur ein bisschen auf die Schippe genommen. Hier, nimm dir das Radio als Wiedergutmachung. Wenn du es irgendwo aufladen kannst, kannst du es benutzen, solange wie du es brauchst. Zack, den Strom haben wir schon wieder abgekisselt und können direkt Radio aufladen. Da können wir uns die Frequenz oder so suchen und dann machen wir das. Hey, die Musik ist echt grandios. Ich muss schon sagen, der Soundtrack ist hier gerade echt Hammer. Ich glaube nicht, dass das der richtige Verwendungszweck... Hier irgendwo eine Steckdose erinnert mich an W.O.W. Christi-Hügel. Mich halt auch, habe ich eben auch schon gesagt. Graft of the Lich King. Sei ich Lich oder Lich. Sagt man nicht Lich im Englischen? Lich Bane? Sag ich doch nicht Lich Bane. Also im Deutschen gibt es natürlich den Lich, wenn ich mich richtig erinnere, aber... Lich, okay. Lich King. Klingt total dumm. Du meinst ehrlich, das klingt super dämlich. Kapuze? Frag mich, wem die Jacke gehört hat. Mit Pelzbesatz. Sieht nach einer teuren Jacke aus. Die Jacke und die Kapuze sind zwei verschiedene Sachen. Die Jacke ist gefroren, aber die Kapuze sieht praktisch aus. Hm. Ein bisschen aufpassen muss man immer, ne? Ich mach ihn wieder aus. Da sind ja Steckdosen. Okay, dann wollen wir dem alten Radio mal etwas Saft verpassen. Wer bezahlt hier eigentlich die Stromrechnungen? Mein Tipp, jemand mit einer geheimen Funkstation. So, Radio haben wir aufgeladen. Wir gehen direkt mal auf den Hügelhof, weil ich fest davon ausgehe, dass wir da oben hören müssen. Weil wir probieren es einmal aus, dann wissen wir es. Weil ich gehe davon aus, wir kommen jetzt gleich hier raus und das Radio hat hier keinen Empfang. Jetzt schlicht klingend von einem Schweizer sprechen lassen. Joa, du, ich bitte lietsch klingelig. Ach, verdammt. Ich glaube, ja, der Radio-Akku ist schon wieder leer. Sieht aus, als würde er sich in der Kälte hier draußen sehr schnell entladen. Hier, also müssen wir. Vielleicht entlädt sich das Radio weniger schnell, wenn ich es warm halte. Ah, sieht das gemütlich aus. Schön warm in der Kapuze eingekuschelt. Ich bin gerade richtig neidisch auf dieses Radio. Okay, schnell. Achievement unlocked. Fuzzy Frequency. Frequencies. Große Dinge enden nicht mit Lee in der Schweiz, at Frozen Pooh. Deswegen gibt es auch kein Kirchglöck-Lee. In Österreich wäre es der Lichtkaiser. Ich lade das Radio wieder auf. Mann, der Akku ist durch die Kälte echt komplett entladen. Und wenn es eine kleine Glocke ist, das stimmt. Die Gleiser liegt, klingt doch putzlich. Das ist eigentlich der letzte Akt. Ja, ich glaube, Markus hat mir erzählt, der vierte Akt ist der letzte Akt. Ich habe leider den total vergessen, Bescheid zu sagen, für heute, dass die heute auch zugegeben. Ein bisschen dumm. Wir gehen zum Erzeimer und hören ihr zu. Sie fährt uns hoch. Dann gehen wir auf den Hügel. Triangulationszeit. Alter, okay. Selbst die Wälder von Lordaeron raunten deinen Namen, Arthas. Ich muss auch leider sagen, die Story vom ersten WoW ohne alle Add-ons hat mir am besten gefallen. Danach hat es mich halt verloren. Dann gab es Raumschiffe, Alter. Triangulationszeit. Die Quelle des Signals muss irgendwo in dieser Gegend sein. Ich sag Halliwell Bescheid. Raumschiffe, naja, nicht so richtig. Aber die waren halt einfach dann auf einmal im Weltall, das flog da alles so rum. Und die haben doch quasi aus ihrem Kontinent ein Raumschiff gemacht, die Draenei oder so. Naja, ist ja auch egal. Meine Güte, sieh dir das an. Sie haben Gefechtstürme. Gefechtstürme. Wir müssen einen Weg hineinfinden. Gefechtstürme, Harper. Wie die Art Gefechtsturm, von der geschossen wird. Wir brauchen die Bullen oder die Mounties oder... Wir können jetzt nicht mehr zurückgehen. Vielleicht können wir durch einen Lüftungsschacht oder sowas reinschleichen. Lüftungsschacht? Was denkst du, wer du bist? John McClane? Ich denke nur über einen Weg nach, der uns da reinbringt. Vielleicht solltest du das auch mal versuchen. Naja, denken ist vielleicht nicht gerade deine Stärke. Du bringst uns noch beide um, du Vollidiot. Nun, vielleicht bist du... Sie ist echt nur gemein. Nanu? Hey, Halliwell. Ich hab was gefunden. Das Hauptquartier muss einen unterirdischen Bereich haben. Wer ist jetzt der Idiot? Whoa! Harper! Jetzt ist sie doch wieder traurig. Was zum... Oh, mein. Halliwell! Hilfe! Hm, interessant. Eine kleine Nische. Nette Nische hast du da, Pendrel. Was sagt man dazu? Noch mehr Rohre. Gehen die Nische zu da, Pendrel. Gehen die Nische zu da, Pendrel. Hallo? Hm. Hm. Wir sind Genies. Wir sind einfach Genies. Und geht der nicht? Hä? Hä? Ich konnte überhaupt nichts machen. Jetzt bin ich doch nicht so klug. Das sag ich jetzt davon. Hä? Ich hab ne Idee. Hey, ich hab eine Idee. Super smart, Stolperfalle für den Mann mit dem dummen Helm. Ich will doch nichts verpassen. Komm, du Loser! Mach ihn doch in die Nische. Oder folter ihn ein bisschen. Wir sind so super schlau. Eins A, zwei A, eins B. Aber die Wirksamkeit des Prototyps unserer Behandlungsmethode bleibt weit unter unseren Erwartungen. Wir haben das Experiment viel zu früh gestartet. Wir hatten keine Wahl. Die Greystone-Zelle hat uns hintergangen. Selbst die stärksten und gesündesten Probanden sind gestorben. Wenn sie gestorben sind, waren sie nicht stark genug. Wenn wir diesen Pendrel-Jungen nicht finden, könnte es unaufhaltsam sein. Es könnte sich bis hier ausbreiten und... Hast du Angst? Wenn es der Wille der Erleuchteten ist, wäre ich glücklich darüber. Natürlich, ja. Natürlich. Diese fürchterliche Musik soll die Sektenanhänger wohl ruhig halten. Wo sind die hingegangen? Warum kann ich da nicht hingehen? Da war der Art da wieder. Klingt ein bisschen nach Trish. Ja, irgendwie schon. Normalerweise verwende ich den Begriff negative Schwingungen nicht. Aber hier gibt's wirklich negative Schwingungen. Der Mensch ist ein Raubtier. Eure Kraft, Schnelligkeit, euren Scharfsinn, nutzt sie. Der Mensch ist ein Raubtier. Das ist bestimmt der Drache. Ruth, du kommst mit mir. Ich bin Toni. Wo ist Ruth? Ich glaube, sie ist bei Rüdiger. Ich bin Rüdiger? Verdammt! Entschuldige. Was willst du, Bruder? Ich soll eine Nachricht an den Gefangenen überbringen. Welcher Kohorte gehörst du an? Weißt du was? Ich glaube, ich habe da was missverstanden. Entschuldige, Schwester. Alle verhalten sich richtig sektenmäßig und übertrieben freundlich, sind aber gleichzeitig total angespannt. Ich fühle mich wie beim FC Bayern auf der Ersatzbank. Ich muss gleich mal wieder ein paar Subs vorlesen. Und gucken, wer der letzte war. Das ist sie doch. Das ist doch hier. Amber. Ich bin Gary. Du scheinst Probleme mit irgendwas zu haben. Habe ich recht? Nein. Nun ja. Es ist das Bekenntnis. Das Bekenntnis? Ich komme mir so dumm vor, weil ich weiß, dass ich es kann. Wir alle können es. Ich darf nur die Erleuchtete nicht enttäuschen. Was ist dein Problem mit dem Bekenntnis? Ich stolper immer noch über die Wörter. Ich muss es draufhaben, bevor ich zur Introduktion gehe. Soll ich dir mal mit dem Bekenntnis helfen? Wirklich? Würdest du mich abfragen? Klar. Schließ deine Augen und konzentrier dich. Du bist anders als die anderen. Warum hilfst du mir? Äh. Wir sind doch eine große Familie. Ja, richtig. Danke, Gary. Schließ deine Augen und versuch's mal. So, äh, erwarte ich den Stern am Himmel. Genau so. Der Starke soll siegen voller Kraft. Geboren zu erleuchten. Zu sterben. Zu sterben, wenn die Gemeinschaft zerfällt. Um Dunkel zu finden in Bruderschaft. Wie habe ich mich geschlagen? Äh, äh, toll. Du bist über ein paar Wörter gestolpert. Üb weiter. Verdammt. Hört auf. Ich bin Idiotin. Kein Clip. Kein Clip. Nein, nein, nein. Ein Buch. Ein paar Broschüren. Sektenzeug. Schon wieder falsch. Sieht aus wie ein Ausweis oder so. Hm. Sei gegrüßt, Schwester. Sei gegrüßt. Soll ich dich nochmal abfragen? Ja, das würde weiterhelfen. Schließ deine Augen und versuch's mal. So, äh, das Starke soll wiegen voller Kraft. Geboren zu erleuchten. Schön, April. Sieht aus wie ein Aquila-Einsteiger-Set. Wie habe ich mich geschlagen? Es wird besser. Es klingt nicht so, als würdest du wirklich glauben, was du da erzählst. Aber ich glaube alles. Ich versuch's weiter. Stern... Ganz wichtig, nicht in den Anzug pupsen. Zelt? Himmelszelt. Bisschen neid, dass ich jetzt... Hier nur den... Sei gegrüßt. Sei gegrüßt. Ich soll McBride verhören. Du erinnerst dich nicht zufällig daran, wo wir ihn hingesperrt haben? Wen? Vergiss es. Ich wollte gerade rüber zu den... Virus-Sicherheitsbehältern. Warst du in letzter Zeit dort? Du meinst im Inkubationsraum? Nein. Mein Pass ist bloß Level 1. Ich komme nur in die Schlaf- und Studiensäle. Hoffentlich kann ich der Sache nach meiner Introduktion mehr dienen. Viel Erfolg, Schwester. Wie lang bist du schon bei Aquila? Seit meine Tante mich rausgeschmissen hat. Ungefähr 18 Monate. Mich Aquila anzuschließen hat... Es hat... ...meine Perspektive auf die Dinge verändert. Mir ist... ...klar geworden, dass ich Teil von etwas ganz Besonderem sein kann. Etwas Wichtigem. Ich habe all meine Ersparnisse gespendet und ich vermisse sie nicht mal. Ich vermisse gar nichts von meinem alten Leben. Lüchst. Hast du Angst vor der Erleuchteten? Nein. Sie ist... Wir schulden ihr alles, was wir haben. Ohne Aquila wäre ich immer noch... ...nur irgendein pathetischer Verlierer. Ähm... ...natürlich. Hast du die Erleuchtete getroffen? Noch nicht persönlich. Aber ihre Predigten sind so inspirierend. Einfache Wahrheiten, die uns so stark machen. Das hat mein Leben verändert. Ich hasse die Person, die ich einmal war. Mhm. Hast du noch Kontakt zu deiner Tante? Soll das ein Test sein? Natürlich nicht. Nein. Ich meine... ...war es schwierig, sie zurückzulassen. Es war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich hoffe, der Virus... ...tötet sie. Weiter so. Mach's gut, Bruder. Ganz schön krass. Brüderschef. Überzeugt hat sie mich aber noch nicht so richtig. Das war schon ganz schön krass. Ich hoffe, der Virus tötet sie. Weiter so. Gut gemacht, Schwester. Du bist mit mir ab 2300 zur Schicht eingeteilt. Ja, Schwester. Aber ich war für das Schrubben der Räume 3 bis 6 eingeplant. Das wird warten müssen. Hm. Weißt du was? Ich hab mich auch schon drauf gefreut, die Wahrheit aus diesem Fettsack zu prügeln. Hab Vertrauen in die Weisheit der Erleuchteten. McBride ist ein kluger Mann. Er hat die richtige Wahl getroffen. Wo gehen die immer hin? Interessant. Wir gucken trotzdem noch in 3b vorbei. Wenn wir schon mal hier sind, können wir natürlich das ganze Anwesen machen. Klip wird safe Platz 1. Das darf auf keinen Fall Platz 1 werden. Dieser Klip muss verschwinden. Die Typen in den gelben Anzügen haben über Raum 4b geredet. Hier müssen sie den Professor gefangen halten. Schwäche ist der Tod. Es zeugt von Gnade, die Unterlegenen zu ihrem Ende zu führen. Professor! Endlich! Danke fürs Kommen. Ich habe auf Basis des letzten Berichts eine Modellrechnung durchgeführt. Würdest du sie der Erleuchteten vorbeibringen? Verdammt! Weißt du, eigentlich gehe ich besser selbst. Sie wird Fragen haben und ich kann die Bewegung gut gebrauchen. Entschuldige, dass ich dich belästigt habe. Sie zieht voll mit denen an einem Strang. Was zur Hölle? Psst! Harper! Bist du das? Halliwell! Wie bist du hier reingekommen? Ähm... Durch einen Lüftungsschacht? Mir fallen so viele, äh... Are you brave enough Glory Hole Witze ein, aber wir machen keinen davon. Was ist mit Professor McBride los? Arbeitet er für die? Ich habe immer vermutet, dass er von seiner Zeit bei der RHC mehr wissen müsste, als er uns sagt. Aber ich hätte niemals gedacht, dass er... Glaube ich nicht! Er würde uns nie hintergehen. Harper, du hast gehört, wie er über die Erleuchtete gesprochen hat. Er hilft ihnen. Ich habe was über den Virus erfahren. Was denn? Ihre Vorräte gehen zur Neige. Alles, was sie zum Infizieren noch haben, ist hier in der Basis. Bist du dir sicher? So habe ich es gehört. Gut. Ich durchsuche mal den Raum. Bleib, wo du bist. Beginnen wir im Müll. Oh, Harper. Ich will nicht einfach nur Entschuldigung sagen. Ich schulde dir viel mehr als das. Du verdienst die Wahrheit darüber, was mit dir passiert ist, zu erfahren. Du warst vier Jahre alt. Du warst bei mir zu Hause in Jelta und ich habe auf dich aufgepasst. Ich dachte, du würdest schlafen und war vertieft in meine Arbeit. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie bist du in mein Labor gekommen und hast eine der Proben, mit denen ich gearbeitet habe, gefunden. Du warst immer ein... Achso, gefunden. Ich habe dich und deine Mutter angelogen. Ich habe ihr gesagt, es wäre eine allergische Reaktion. Ich habe dich isoliert und alles getan, um die Infektion zu bekämpfen. Es war die schlimmste Nacht meines Lebens. Ich hatte all die Jahre keine Ahnung, aber deine roten Blutkörperchen müssen sich permanent deformiert haben und dich damit immun gegen den Virus gemacht haben. Die Entwicklung von Viren ist eine schwer erklärbare Angelegenheit, aber es war wegweisende Wissenschaft. Wie viele gutherzige und fromme Menschen haben ihre Energie in die Entwicklung von Raketen gesteckt? Ich war immer gut darin, über meine Gefühle zu stehen. Darum war ich nützlich für Aquila. Darum war ich nützlich für sie. Aber nachdem du krank wurdest, wurde es schwierig für mich. Dann passierte der Unfall in Kahuna. Wir hätten diese Menschen retten können, genau wie ich dich gerettet habe. Aber sie hat es einfach passieren lassen. Sie stand da und hat Notizen gemacht. Ich nahm meine Forschungsergebnisse und ging. Ich wurde exkommuniziert, ausradiert. Ich und meine engsten Freunde gingen getrennte Wege. Das Mädchen, das ich seit der Uni geliebt habe. Die Frau, die ich liebe. Er liebt die Erleuchtete. Als ich dachte, das wäre das Ende. Oder ich habe es zumindest gehofft. Ich dachte, es wäre das Ende. Oder ich habe es zumindest gehofft. Als ich hörte, dass RHC den Krankheitsabbruch in Yeltaun behandelt, wusste ich sofort, dass Aquila dahinter steckt. Ich hätte dir sagen sollen, das, ach, das, und dann hat er es gestrichen. Erst als du das Fieber überstanden hattest, war mir klar, dass sie immer noch Ableger meiner Präparate nutzen. Der neue Stamm, den sie entwickeln, ist weiter aus aggressiver. Aber du bist immer noch immun. Und die Stammzellen in deinem Knochenmark sind der Schlüssel für die Massenproduktion eines Impfstoffes. Das macht dich zum wichtigsten Menschen der Welt, Harper Pendrel. Begib dich sofort in mein Labor, in der PNU. Erzähl Dr. Rajan die ganze Geschichte. Sie weiß nichts von alledem. Such nicht nach Aquila. Versuch nicht, mich zu finden. Ich hoffe, dass dieser Brief erreicht. Es tut mir leid, dass du so in die Sache reingezogen wurdest. Bitte verurteile mich nicht zu hart. Ich bin nur ein dummer, alter Mann. Zugangscode NFG-RSWW. Ich habe nichts zu schreiben. Ihr müsst das bitte einmal notieren. NFG. Wobei wir versuchen wieder meine Gesangstechnik. NFG-RSWW. NFG-RSWW. Das merken wir uns. Ein dummer, alter Mann? Was zur Hölle? Harper? Was ist los? Das ist der Grund, warum ich das Fieber überlebt habe. Ich hatte es vorher schon mal. Ich habe mich als Kind in McBrides Haus angesteckt. Er hat dich infiziert? Er sagt, es war ein Unfall. Als wenn das Züchten von Viren das Normalste auf der Welt wäre. Noch eine Tasse Kaffee, Schatz. Dazu ein Portionchen hausgemachte Beulenpest. Harper, du musst leise bleiben. Oh, entschuldige. Ich bin nur ein wenig aufgebracht. Ist alles in Ordnung? Ja. Die Erleuchtete hat mich geschickt, ein paar Dokumente zu holen. Sehr gut. Okay. Halliwell? Psst. Halliwell. Verdammt. Weg. Der Schreibtisch ist voller Notizen von McBride. Alles Wissenschaftskram, den ich nicht verstehe. Sieht nichts, ging es ihm. Bestand der Z. Sieht so aus, als hätte er gar nicht groß über uns nach. Okay, scheint so, jetzt hätten wir hier alles Wichtige gefunden. Weiter geht die wilde Tour. NFG, RSSW. NFG, RSSW. Sieht wie ein Fahrstuhl aus. N, F, G, R, R, S, S, W. N, F, G, R, S, W, N, F, 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 N nachgelesen, um sie mir besser zu merken. Ich brauche euch. Ich brauche euch dringend. Jetzt seid ihr drin. Ja? Hast du die Freigabe, hier zu sein? Ich bin hier, um die Virus-Sicherheitsbehälter neu zu kalibrieren. Das ist der Grund, warum ich hier bin. Du musst einen Fehler in deinem Dienstplan haben. Du hast sicher recht. Ich gehe mal nachschauen. Hm. Acht Meter Arme. Wow. Das kenne ich doch. Das ist der Raum, den Cardero in Greystone nachgebaut hat. Hey. Willkommen zu Aquilas Introduktionsprogramm. Dies ist der finale Schritt auf deiner Reise zur Selbstverwirklichung. Bitte setz dich auf den Stuhl. Ich denke ja nicht dran. Ich will nicht auf den Stuhl. Ziemlich amtliches Heimkino. Willkommen zu Aquilas Intro. Bitte setz dich lieber bitte setz dich auf den Stuhl. Noch mehr Technik wie in der Funkstation in Greystone. Okay. Ich glaube, das Geräusch wird gleich immer schlimmer. Oh. Es wird gleich immer schlimmer. Aua. Das wird immer schlimmer. Bitte setz dich auf Aaaaaaah. Mein. Gute Idee, muss ich leider sagen. Aber es nervt. Das ergibt keinen Sinn. Lass mich raus. Ich will nicht auf den Stuhl. Aua. Setz dich auf den Stuhl. Aaaaaaah. Hört damit auf. Ich will nicht auf den Stuhl. Geht von mich nicht raus. Aua. Es wird sogar immer lauter. Aaaaaaah. Setz dich auf den Stuhl. Bitte aufhören. Setz dich auf. Setz du dich doch auf den Scheißstuhl. Ich kann sie nicht öffnen. Okay. Ich setz mich ja auf den Scheißstuhl. Mann. Meine Ohren. Ich will mich da nicht. Schon eine Smart Idee. Willkommen zur Introduktion. Aaaaaah. Lass mich gehen. Sie hört nicht mal jetzt auf. Introduktion. Lass mich hier raus. Mein Kopf explodiert gleich. Wie lautet die erste Wahrheit? Ich weiß es nicht. Lass mich raus. Wie lautet die zweite Wahrheit? Versuch einfach zu atmen Harper. Introduktion Sitzung wird fortgeführt. Wie lautet die dritte Wahrheit? Ich liebe Aquila. Wie lautet die vierte Wahrheit? Niemals gelben Schnee essen. Introduktion Sitzung wird fortgeführt. Oh Mann. Wie lautet die fünfte Wahrheit? Zuhause. Mama. Wie lautet die erste Wahrheit? Ohm. Introduktion Sitzung wird fortgeführt. Wie lautet die zweite Wahrheit? Es lebe Aquila. Wie lautet die dritte Wahrheit? Das war nicht richtig. Einatmen ausatmen Introduktion Sitzung wird fortgeführt. Wie lautet die vierte Wahrheit? Zehn Füße Beine Arme Introduktion Sitzung wird fortgeführt. Wie lautet die fünfte Wahrheit? Zuhause Mama Wow Ich brauche nur ein wenig Zeit für mich zum Nachdenken. Die Arbeiter Ameise trägt ihr vierfaches Gewicht Was? Der Salamander frisst seinen Bruder Kumpel das hilft jetzt wirklich nicht weiter Der Affe klettert auf die Spitze Ich muss hier irgendwie rauskommen Der Adler Der Adler Der Adler Adler Erschieße die dreibeinige Stute Wie lautet die erste Wahrheit? Also das erste war Die Ameise kann ein Vielfaches ihres Gewichts tragen Es würde sagen sie ist sehr stark Oder Gehorsam ist Stärke Weil Ameisen sind ja auch sehr gehörig Ich würde sagen Gehorsam ist Stärke Wie lautet die zweite Wahrheit? Das zweite war Der Salamander frisst seinen Bruder Der Mensch ist ein Raubtier Wie lautet die dritte Wahrheit? Was war das mit dem Affen? Was macht denn noch der Affe? Ach der Affe klettert ne irgendwas Aquila erhebt sich Okay Wie lautet die vierte Wahrheit? Der Adler Der Adler Der Adler Fuck aber das hatten wir ja schon Erhebt sich Was ist denn der Adler? Der Adler Ich glaube Aber das Aquila erhebt sich hat wir schon als zweites Okay Okay es ist hier ist glaube ich ich weiß schon Wie lautet die fünfte Wahrheit? Es schießt das lahme Pferd ne Das ist dann Schwäche ist der Tod Schwäche ist der Tod Wie lautet die erste Wahrheit? Also die erste Wahrheit war Das erste war Die Ameise kann ein Vielfaches ihres Gewichts tragen Also irgendwas mit Stärke Gehorsam ist Stärke Gehorsam ist Stärke Wie lautet die zweite Wahrheit? Das zweite war Der Salamander frisst seinen Bruder Das heißt ich entweder Warte mal Der Mensch ist ein Raubtier Wobei das würde ich eher beim Adler sagen Blut ist kalt weil sein Bruder Blut ist dicker als Wasser aber Blut ist kalt Blut ist kalt Wie lautet die dritte Wahrheit? Der Affe klettert nach oben Also Aquila erhebt sich Wie lautet die vierte Wahrheit? Fuck nein der Affe war falsch Ah der Affe war falsch oder? Nee doch nicht Äh Der Mensch ist ein Raubtier Oder? Ja Der Mensch ist ein Raubtier Wie lautet die fünfte Wahrheit? Schwäche ist der Tod Wie lautet die erste Fuck war falsch Okay Dann nochmal das Erste Ich würde sagen das Erste ist auf jeden Fall Gehorsam ist Stärke Gehorsam ist Stärke Wie lautet die zweite Wahrheit? Die zweite ist doch der Salamander frisst seinen Bruder Ich muss mir das mit dem Affen nochmal anhören glaube ich 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 muss nachdenken noch mal nochmal Der Salamander frisst seinen Bruder Für mich ist das Schwäche Der frisst seinen Bruder Das Blut ist kalt Erschieße die Jetzt war Jetzt war die Jetzt war die Reihenfolge doch anders Jetzt war die Reihenfolge doch anders Jetzt zählt Jetzt zählt Jetzt zählt das wieder richtig Arbeiter Ameise Affe der wir jetzt als erstes haben ist Aquila erhebt sich weil er auf die Spitze steigt Das ist der Adler Okay Aber was ist dann der Affe? Gehorsam ist Stärke Schwäche ist der Tod ist das Pferd Blut ist kalt ist der Salamander Aquila erhebt sich ist der Adler Der Mensch ist ein Raubtier ist Okay Was ist denn das dann? Ich würde sagen der Affe ist der Mensch ist ein Raubtier Der Mensch ist ein Raubtier Wie lautet die zweite Wahrheit? Weil einfach aufgesucht Was war das zweite? Die Stute Das wäre Schwäche ist der Tod Affe steigt hoch Affe wird Mensch Ja Ich dachte jetzt der Mensch ist ein Raubtier weil er sich quasi also weil der Affe also der Affe sich zum Mensch erhoben hat und dabei halt Dinger vernichtet So Liest ihr den Chat so ein bisschen? Ich lese halt nicht die ganze Zeit Was war denn das zweite? War der Salamander das zweite oder die Stute? Ist egal Ich hör's mir nochmal an haben wir eine neue Ordnung Fuck it weil jetzt wissen wir die Hinweise Der Adler Adler Affe Klettert auf Der Salamander Salamander Adler Affe Salamander Adler Affe Salamander Dann kommt die Stute Zuletzt Die Ameise Das ist der Adler Aquila erhebt sich Wie lautet die zweite Wahrheit Der Affe Der Mensch ist ein Raubtier Fuck Jetzt hab ich das schon wieder vergessen Die vierte Wahrheit Ne Salamander kommt jetzt Blut ist kalt Wie lautet die vierte Wahrheit Stute Schwäche ist der Tod Schwäche ist der Tod Wie lautet die fünfte Wahrheit Ameise Das war Gehorsam ist Stärke Gehorsam ist Stärke Wie lautet die erste Wahrheit Fuck war falsch Oh man leck mich Ey So ne Kacke Ich hole mir gleich ein Blatt Papier und löse das wie ein Idiot Der Affe klettert auf die Spitze Affe Erschieße die dreibeinige Die Arbeiterameise Affe, Stute, Ameise Affe, Stute, Ameise Affe, Stute, Ameise, Adler Affe, Stute, Ameise, Adler, Salamander Affe, Stute, Ameise, Adler, Salamander Affe, Stute, Ameise, Adler, Salamander Affe Affe, Stute, Ameise, Stute, Ameise, Ameise, Adler, Salamander, Blut ist kalt Wie lautet Okay, pass auf Das muss anders gehen So funktioniert das nicht Also, nochmal Ich muss nachdenken Der Affe klettert auf die Spitze Die Arbeiterameise trägt ihr vierfaches Gewicht Vier Der Adler Der Adler Zwei, drei, vier, fünf Fünf ist der Adler Ich muss es aufschreiben Das kriegst du auch zu machen Der Salamander frisst seinen Bruder Erschieße die dreibeinige Stute Ach Wie lautet die erste Wahrheit? Stute drei Noch mal Adler ist die fünf Ameise ist die vier Stute ist die drei Der Salamander frisst seinen Bruder Die Arbeiterameise trägt ihr vierfaches Gewicht Der Affe klettert auf die Spitze Auf die Spitze ist die eins Okay Erschieße die dreibeinige Stute Der Adler Der Adler Ach Okay Also Wie lautet die erste Wahrheit? Der Mensch ist ein Raubtier Wie lautet die zweite Wahrheit? Der Salamander Blut ist kalt Wie lautet die dritte Wahrheit? Das ist die Stute Schwäche ist der Tod Wie lautet die vierte Wahrheit? Das ist die Ameise Gehorsam ist Stärke Wie lautet die fünfte Wahrheit? Aquila erhebt sich Das ist der Adler Aquila erhebt sich Hallo? Hallo? Kann ich jetzt gehen? Ja! In ihnen steckt mehr als man für möglich halten möchte Mr. Pendrel Ich habe noch keine Person erlebt Die so resistent wie sie über der Introduktion war Es ist fast als hätten sie kein Hirn Das gewaschen werden könnte Seine Freundin muss hier irgendwo herumlaufen Erledige sie Das ist der Drache Nein Moment Ich kenne sie Sie sind diese Politikerin Thurlow Stimmt Die haben wir ganz am Anfang mal gesehen Senatorin Thurlow Wobei mich die Leute hier die Erleuchtete nennen Sie haben Yelthorn angegriffen? Es war eine Feldstudie Das Ziel war es Experimentelle Schwere Geburt Ach, tut man nicht so So schlecht war es jetzt auch nicht Es ist halt kein einfaches Rätsel gewesen Ich muss zugeben Es gab ein paar unvorhergesehene Ereignisse Silverdales Versuch Unsere Unternehmung zu sabotieren Hat uns zu einem verfrühten Beginn gezwungen Aber das Hat sie hierher geführt Also hat das alles ganz schick funktioniert Ich werde ihnen nicht helfen Sie werden keine Wahl haben Rupert sagte mir Sie seien immun gegenüber VHOV Das macht sie sehr interessant Ich werde eine klitzekleine Probe ihres Knochenmarks entnehmen Und damit einen Impfstoff produzieren Während des Medizinstudiums Wurde mir rabiater Umgang Mit den Patienten vorgeworfen Können Sie sich das vorstellen? Nun versuchen Sie sich zu entspannen Denn was jetzt kommt Wird höllisch schmerzen Entnehmen Sie uns das aus dem Piephahn? Warum bringen Sie mich nicht einfach um? Oh, bitte missverstehen Sie es nicht Als Sentimentalität meinerseits Wenn ich Sie nicht töte Ich brauche Sie lediglich lieben Bis ich weiß, dass der Impfstoff funktioniert Halten Sie still Nein! Ah! Knochenmark Achso Ohne Betäubung? Was für ein tapferer Junge Versuchen Sie nicht zu verbluten Hören Sie? Ah! Herr Adler Papa! Da hast du gefunden, Junge Gut gemacht Professor Wie Wie konnten Sie nur Es ist ja so nett, dass wir uns am Ende endlich alle mal kennenlernen Aber ich habe meinen Impfstoff Und mein Flieger wartet auf mich Also dann Das wäre so ein geiler Muck gewesen Wenn er sie noch so gehauen hätte Im Vorbeigehen Wollen Sie uns nicht wenigstens erzählen Warum Sie all das getan haben? Was ist mit dem Ton los? Damit kommen Sie niemals davon Damit kommen Sie niemals Ah! Nicht gerade überzeugend vorgetragen Aber wenn Sie unbedingt wissen wollen, warum Rupert kann es Ihnen erzählen Du hast mir damals, als wir noch studierten, von der Idee erzählt Ich hätte niemals gedacht, dass du es schaffen würdest Bis zum Angriff auf Yelthau Der Plan war, Angst vor einer weltweiten Pandemie zu schüren Und die Menschen dann zu heilen Den Helden zu spielen Sylvia wird Vorsitzende der globalen Gesundheitsinitiative Mit all der Macht, die die Position mit sich bringt Und dann Und dann genauso weitermachen Eine Welt ohne Krankheiten ist möglich Aber ich kann sie nicht zulassen Von der Grand-Coletal-Sperre bis zur Wasserstoffbombe Haben wir die Wissenschaft für uns arbeiten lassen Warum nicht auch Krankheiten? Was ist mit den unschuldigen Menschen, die dabei sterben? In Yelthau? In Greystone? Alles nur Bühnen-Deko Was ist jetzt mit dem Adler? Der Adler ist das Logo Dieses Logo von dieser Vereinigung ist ein Adler Warum helfen Sie ihr, Professor? Hatten Sie das die ganze Zeit schon so geplant? Nein, ich schwöre es Es ist nicht leicht, jemanden zu hintergehen, den man liebt Es tut mir leid Es tut Ihnen leid? Soll das das Ganze etwa besser... Aha! Scheint, als sei die süße Milch der Menschenliebe dann doch sauer geworden Sie sind eine Mörderin, Thurlow Ich bin eine Politikerin Da muss man manchmal unbequeme Wege gehen Wenn eine Politikerin den Menschen Hoffnungen auf etwas macht, kann sie sie nur enttäuschen Aber wenn ich den Leuten etwas zu fürchten gebe und ihnen Sicherheit und Ordnung anbiete Die guten Menschen werden gesund bleiben, die schlechten Menschen werden krank Dann werden sich die Leute darum reißen, sich unter meinen schützenden Händen zu versammeln Ja, die ist sehr leise, das stimmt Ich weiß nicht, die ist, glaube ich, für euch noch leiser, weil wir es eben nochmal nach unten gepegelt hatten, als das Horrorgeräusch kam Ich kann sie auch gerade so verstehen Das ist doch verrückt! Sie... Sie glauben, diesen ganzen Mensch schraubt ihr Scheiß doch selber nicht! Selbstverständlich nicht Aber die Leute winseln doch gerade darum, eingängige Parolen vorgesetzt zu bekommen Also geht es nur um Macht Was zur Hölle meinen Sie, es geht nur um Macht? Ich bin kurz davor, Millionen Leben zu retten Ich bin eine Nationalheldin Wer will mich berühren? Mein Scherz, ich würde niemanden von Ihnen je erlauben, mich zu berühren Ich habe genug gehört! Ja, ich auch Ich habe, was ich brauche Rupert betäubt den Jungen und erschießt diese penetrante Kanalratte Nein! Ich glaube, er hat sich erschossen Das bringt Rupi nicht übers Herz Oh, wir müssen wieder hacken Hä, warum geht das? Hä? Nö Untertitelung des ZDF, 2020 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 Professor, helfen Sie mir! Immer wieder dasselbe Lied. Devlin! Ich will auf der Stelle mit Thurlow sprechen. Tut mir leid, die Senatorin ist beschäftigt. Hinterlassen Sie eine Nachricht. Ah, fast. Professor, helfen Sie mir! Immer wieder dasselbe Lied. Professor, helfen Sie mir! Immer wieder dasselbe Lied. Professor, helfen Sie mir! Immer wieder dasselbe Lied. Okay. Zweimal. Zweimal geht. Professor, helfen Sie mir! Immer wieder dasselbe Lied. Professor, helfen Sie mir! Immer wieder dasselbe Lied. Professor, helfen Sie mir! Immer wieder dasselbe Lied. Devlin! Kein Schritt näher. Ich zerstöre den Virus. Oh ja? Wie denn? Indem ich die Temperatur da drin bis an den Siedepunkt bringe. Kann sie das, Rube? Nee, Terminal kann ich irgendwie nicht anklicken. Ich weiß es nicht, wenn sie Zugang zum... Ich meine, wenn sie eine Umleitung zum... Es ist denkbar. Finger weg von diesem Knopf. Okay. Hm. Ich will auf der Stelle mit Thurlow sprechen. Tut mir leid. Ich habe keine Items. Hinterlassen Sie eine Nachricht. Professor, helfen Sie mir! Immer wieder dasselbe Lied. Ah, fast. Okay, ich rauf's auch nicht. Ah, fast. Devlin. Kein Schritt näher. Ich zerstöre den Virus. Oh ja? Wie denn? Indem ich die... Kann sie... Wenn es ist denkbar. Kann sie... Wenn es ist denkbar. Professor... Immer wieder dasselbe Lied. Habe ich denn das jetzt geschafft? Dass er wieder zurückgegangen ist? Professor, helfen Sie mir! Immer wieder dasselbe Lied. Hmm... Also hier sind meine Ideen, was ich ja nicht will. Damit wir mal ein bisschen konstruktiver da rangehen. Also Nummer 1. Ich muss irgendwie hinkriegen, dass er vorbeischießt und hinter mir die Tanks trifft und die zerstört. Also dass er quasi nicht hier, sondern dass er da vorbeischießt und diese Tanks trifft. Devlin. Kein Schritt näher. Ich zerstöre den Virus. Oh ja? Wie denn? Indem ich die Temperatur da drin bis an den Siedepunkt bringe. Kann sie... Ich weiß es nicht. Wenn sie Zugang zum... Ich meine... Es ist denkbar. Die Waffe aus der Hand... Habe ich halt auch gedacht, dass ich ihn irgendwie dazu bringe, dass er einen Schritt näher kommt. Professor... Immer... Professor... Immer wieder... Professor, helfen Sie... Immer wieder dasselbe Lied. Jetzt habe ich ihn halt näher dran. Ich will auf der Stelle mit Thurlow sprechen. Tut mir leid. Hilf mir bitte. Ich erkenne nicht, wo hier ein Rätsel ist. Also sorry, ich erkenne es nicht. Ich erkenne nicht, dass das ein Rätsel ist in irgendeiner Weise. Ich kann mit drei Dingen interagieren aktuell. Das ist der Computer, der Professor und Devlin. Wenn ich Devlin drohe... Wenn der Typ mit dem Professor redet, hast du den Cursor wieder verfügbar. Aber nicht so richtig. Devlin. Kein Schritt näher. Ich zerstöre den Virus. Oh ja? Indem ich die Temperatur da drin bis an den... Kann sie das, Roop? Ich weiß es, wenn sie Zugang zum... Es ist denkbar. Eine Millisekunde habe ich den. Kann sie... Ich weiß es, wenn es ist denkbar. Ah, fast. Devlin. Ich will auf der Stelle mit Thurlow sprechen. Tut mir leid. Die Senatorin ist... Professor, helfen Sie... Immer wieder dasselbe Lied. Das ist gelشt. kein schritt in dem ich die tempel wenn sie zu ist denkbar und das war doch muss ihn dazu bringen dass er mit ihr redet und dann schnell drücken verdammt ich kann den druck noch nicht ablassen sperren sie ihn ein professor das kenne jetzt gott sei dank ich weiß nicht ob sie du musst hier raus nein devlin hat wäre bei ihr wille rätselstruktur wird war für mich nicht zu erkennen dass das jetzt geht zum ersten mal ich hoffe du weißt dass du das weiß ich nicht aber ich muss dieser geschichte bis ich mir nicht drauf gekommen dass ich in der pause was machen musste so schnell wieso ist der professor als doch auf deiner seite hört naja der professor wollte ja nicht dass wir sterben was ich brauche betreibt den jungen ist also doch auf der seite kanalratte nein alles in ordnung habe mir geht es gut nein bleiben sie weg von mir es ist okay wir können ihm vertrauen aber er hat mir geholfen die temperatur der gelagerten viren zu erhöhen wir haben es geschafft habe ich bin ich will es nicht hören sie haben sie entkommen lassen irgendetwas stimmt hier nicht die tage die klimatisierung die ladezeiten sind übrigens nur am ende jetzt so lang am anfang an einen so starken temperaturwechsel nicht ich dachte aussieht das geht hier alles aufgenommen was sie gesagt hat sie haben eigentlich alles was sie brauchen um die ganze nummer hochgehen zu lassen komm schon wir müssen weiter komm schon komm schon wir müssen da weiter er ist der adler der adler ist sein vater der adler er ist ganz gut dass ich das jetzt spielen darf die die ist auch mit der liga kommen wir nicht weiter laufen kannst du und verlässt diesen flug was er denn daraus oh gott du lass die waffe vollen däppeln es ist vorbei jetzt sieht fuhren mit knarre und die erschießen die gegenseitig noch etwas aufräumen das hat was mit unerschütterliche menschlichem ehrgeiz zu tun fahr zur hölle der adler der adler bämm professor Professor, alles in Ordnung? Nicht ganz. Keine Sorge, Professor. Wir kriegen sie hier irgendwie raus. Was für ein fürchterliches Fiasko. Es tut mir so leid. Professor, ich muss Ihnen was sagen. Ach, der war eh ein nicht so netter Typ, schreibt ihm den Shit. Ach komm, der stirbt. Er hat uns aufgezogen. Was seid ihr? Eins oder zwei? Wir vergeben ihm oder was sie getan haben, war falsch. Das sind die letzten Worte, die der Mann hören wird. Der hat gerade sein Leben geopfert für uns. Die Einsen überwiegen. Ich habe es vielleicht auch ein bisschen beeinflusst, aber ich würde mich auch echt schlecht dafür fühlen, hier die Zwei zu schicken. Alte Opa, Onkel. Ich vergebe ihm. Es haben mehr geschrieben, tut mir leid. Ich bin richtig wütend auf Sie. Sie haben sich wirklich dumm verhalten, aber ich will Ihnen vergeben. Papa, bist du das? Ja, Professor, ich bin's. Guter Junge, du musst deine Mutter mal zum Abendessen mitbringen. Ich, ich, das mache ich, Professor. Oh Gott. Und sehr traurig. Der Adler. Puh. Wir haben's geschafft. Alles wird wieder gut. Halliwell, du hattest recht. Das war eine ziemlich dumme Idee. Ja. Aber wir haben das Richtige gemacht, glaube ich. Komm, Harper. Wir gehen nach Hause. Im Harper geht's nicht so gut. Wie kommen wir hier runter? Ende. Ende. Schon gut gemacht. Smart erzählt, dass da noch ein kleiner Witz kommt und so. Krass. Erleichtert und froh kann ich Ihnen mitteilen, dass wir einen Durchbruch bei der Behandlung des Yeltaun-Virus zu vermelden haben. Nach einer Reihe erfolgreicher Untersuchungen kann ein Impfstoff in den betroffenen Gebieten zur Verfügung gestellt werden. Unsere Ärzte werden unzählige Leben retten und die Verbreitung der Krankheit rechtzeitig aufhalten können. Der Impfstoff ist ein Ergebnis der unermüdlichen Arbeit des AHC und unseres medizinischen Fachpersonals. Aber wir müssen das Geschehene ebenso als Warnung interpretieren. Wir müssen die globale Gesundheitsinitiative umsetzen, um Gesundheitsrisiken wie diesem vorzubeugen. Wir müssen handeln. Das schulden wir den Menschen, die ihr Leben in dieser Tragödie lassen mussten. So Senatorin Thurlow auf einer Pressekonferenz in dieser Woche. Auf einer heimlichen Aufnahme, die uns zugespielt wurde, schlägt die Senatorin allerdings einen anderen Ton an. Eine Welt ohne Krankheiten ist möglich, aber ich kann sie nicht zulassen. Von der Grand-Colietalsperre bis zur Wasserstoffbombe haben wir die Wissenschaft für uns arbeiten lassen. Darum nicht auch Krankheiten? Was ist mit den unschuldigen Menschen, die dabei sterben? In Yelthown? In Greystone? Alles nur Bühnen-Deko. Die andere Stimme, die auf der Aufnahme zu hören war, war Jane Halliwell. Eine Reporterin der Port Nicola Times, die die Aufnahme heute auf dem Blog der Times veröffentlichte. Halliwells Beitrag enthält eine Reihe brisanter Anschuldigungen. Wo ist sie, Duke? Wo ist sie? Nun, Senatorin Thurlow hat bis dato kein Statement veröffentlicht. Seit dem Auftauchen der Aufnahme ist sie nicht mehr öffentlich gesehen worden. Eine Sprecherin des Gesundheitsausschusses des Repräsentantenhauses verurteilte den... Oh Mann, Duke! Was für eine irre Geschichte! Das ist doch der Wahnsinn! Ich wollte gerade sagen, bitte die beiden zusammen in ihrer Wohnung. Jetzt verliebt euch, küsst euch, komm! Ihr Bein geht hoch! Okay. Es war eine andere Art von Moment. Okay. Ja, klar. Gut. Na, vielleicht das bessere Ende. Vielleicht das bessere Ende. Ja, ist das bessere Ende. Ist schon gut. Das war's. Ein gutes Spiel, muss ich schon sagen. Das Ende hat mich auch mitgenommen. Also das Einzige, was ich... Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. War echt ein richtig, richtig gutes Spiel. Also nochmal der Hinweis, das Spiel hieß Anforcing Incidents. Falls ihr es weiter spielen wollt. Die Jungs freuen sich sehr und falls ihr sagt, jetzt habe ich ja schon alles gesehen, aber möchte mir gerne Anerkennung dafür zeigen, dass das ein tolles Spiel war, das mich gut unterhalten hat, kauft es euch einfach trotzdem. War neulich sogar, glaube ich, runtergesetzt. Auf GOG und Steam gibt es das Spiel. Anforcing Incidents. Ich überlege gerade, was ich so überhaupt... Ich glaube, das Einzige, was ich sagen kann, ist, es gab so ein Rätsel, dass ich frustriere, ein Rätselmoment, das hat man aber, glaube ich, bei jedem Adventure mal, so einen Moment, wo man feststeckt. Das ist also eine schwierige Kritik. Das Einzige, was ich, glaube ich, sagen kann, ist wirklich, dass ich finde, dass der Kollege im schwarzen Anzug, dessen Namen ich leider jetzt wieder vergessen habe, und Thurlow, dass die beiden Bösewichte so ein bisschen zu spät reinkamen. Also es war so ein bisschen zu spät, es hätte mal vorher so ein leichter Hinweis oder so, aber das ist auch schon Kritik auf hohem Niveau, muss ich sagen. Das war schon... alter Schwede. Devlin, Devlin, so hieß der genau. Richtig starkes Spiel, krass, ey. Ich bin echt positiv beeindruckt. Also positiv nicht überrascht, sondern wirklich angetan. Nochmal zur Vorgeschichte. Es war ja so, letztes Jahr auf der Gamescom gab es ja diesen lustigen Moment, in dem wir in der Indie-Area waren. Und in dem, man glaube ich, meine Tonspur hörte und die Tonspur der anderen drei. Und die anderen drei haben die ganze Zeit sowas gesagt wie, wo ist der, wo ist der, wo ist Hauke, wir wollen zocken. Und in dem Moment war ich ganz kurz hier bei Backwoods, da war von dem Publisher irgendwas mit Heidelberg. Fuck, jetzt habe ich es nicht mehr drauf. Hoffentlich weiß es jemand im Chat. Oh, der Käsemann ist auch gerade gekommen. Da war, ist jemand zu mir gekommen und dachte so, habt ihr eine kurze Sekunde? Und da habe ich gesagt, ja klar, kein Problem, ich komme mal eben her. Habe mir das ganz kurz zeigen lassen, eben ein paar Screenshots und so, weil viel mehr war noch gar nicht zu zeigen, war aber ganz angetan. Und dann habe ich dem Markus damals meine Handynummer gegeben und gesagt, ey, wenn ihr was habt, schreibt mir einfach mal im Fix. Sondern da hatte Markus mich angeschrieben und mich auch noch gleich gefragt, ob ich auch einen Kontakt zu Rocket Beans habe. Bei denen hat es leider nicht geklappt, also er hatte den Key geschickt, aber ich glaube nicht, dass sie es gespielt haben, sonst haben sie es leider nicht unterbringen können. Ich fand es hier aber sehr, sehr stark. Also es wäre sehr schade gewesen, wenn ich diesen Film verpasst hätte. Ja. Und die Moral von der Geschichte? Jemanden ansprechen, das lohnt sich. Ohne nicht. Jetzt Domina. Ich bin nicht so der größte Domina-Fan, muss ich ehrlich sagen. Also ich finde das Spiel nicht so geil wie viele andere. Ich finde es gut, dass es hier so gut funktioniert, dass es auch Jens, Joschi, Matteo, allen so viel Spaß macht. Mich holt es nicht so ab. Ich glaube, sie haben es mal angespielt. Das kann gut sein, das kann gut sein. Was kommt nun? Nun würde ich euch gleich, sobald der Abspann vorbei ist, wir geguckt haben, ob noch was kommt, weil ich gucke bei sowas, wenn mich was beeindruckt hat, dann gucke ich gerne den Abspann und höre mir den Ton auch nochmal an. Hat mir schon sehr gut gefallen. Sorry. Gutes Spiel, ey. Dann kommt noch meine Urlaubsidee, genau, die neue Idee, die muss ich euch gleich erzählen. Lass es nur mit dem Wohnwagen, komm gleich, komm gleich, die Wohnwagenidee, komm gleich. Guck mal deine Idee, mach ich gleich. Guck mal, Emily hat auch mitgemacht. Kult-Response bei Focke-Van-Sahne. Focke-Van-Sahne ist auch ein schöner Name. Focke-Van-Sahne. Focke-Van-Sahne. Wisst ihr, was ich gerne mal hätte? Ich würde auch gerne in meinem Abspannfolgen im Spiel stehen. Und wenn es nur Special Thanks sind oder sowas, nur in Anführungsstrichen, ich will auch mal abspannen von irgendwas. Ne, wir reden gleich noch über meinen Wohnwagen. Ich gucke nur gerade noch eben zu Ende. Das Spiel hat mich wirklich, also sage ich nicht nur so, das Spiel hat mich richtig gut unterhalten. Ich habe wirklich Spaß gehabt dabei, das zu zocken. Ich bin auch ein Adventure-Fan, aber es hat eine gute Stimmung getroffen. Also ich weiß gar nicht, wann war das letzte Mal? Ich glaube, auch wenn viele das gar nicht so geil fanden, DSA Satinavs Ketten. Das hat mich auch sehr, also die Stimmung hat mir gefallen und so. Der erste Teil, das hat mich echt abgeholt. Der zweite hat mich dann leider sehr enttäuscht. Aber der erste, das war auch so, dass ich mit so einem Bauchgefühl daraus ging, schade, dass es vorbei ist. Ich hätte auch gerne noch mal die gleiche Länge gespielt. Hau mal die Jungs von Daedalic an, vielleicht arbeiten die an was. Naja, also Daedalic hat doch jetzt gerade erst, die haben auch ein sehr gutes Adventure rausgebracht. Das ist leider irgendwie gefloppt, kann ich nicht beurteilen, aber es ist nicht so gut angekommen, wie man gehofft hatte. Wie hieß es noch? Die Säulen der Erde, glaube ich, haben sie ja als Geschichte rausgebracht. Toll gemacht, auch tolle Vertonung, wunderbar schöner Zeichenstil. Wir haben es auf der Gamescom gesehen. Es ist, glaube ich, bei uns so ein bisschen untergegangen, weil wir da hin waren und wir wollten eigentlich Shadow Tactics sehen oder so. Und dann haben wir auf einmal was völlig anderes vorgesetzt bekommen und auch nicht die Chance zu sehen, was wir sehen wollten. Da, Backwoods ist supported beim Mediengründerzentrum NRW und Spielfabrik. Da, Application Systems Heidelberg, so hieß der Publisher. Von dem hat ein Kollege, hat einer von, ist da wirklich rumgelaufen und hat einfach stumpf gesehen, da sind ein paar Idioten, die haben eine Kamera, ich quatsch die jetzt an. So, jetzt gucken wir, ob noch was kommt nach dem Abspannen oder ob jetzt Schluss ist. Das war's. Ein wunderschönes Spiel. Also ohne Scheiß, der Stil hat mich richtig krass abgeholt. Es hat mir richtig gut gefallen. Ich habe richtig viel Spaß mitgehabt. Vielen, vielen Dank. Danke auch an Backwoods für den Key und Co. Gutes Spiel. Also nochmal mein Tipp, solltet ihr jetzt geguckt haben und euch gespoilert fühlen, ich kann euch dennoch empfehlen, das Spiel sich vielleicht trotzdem zu holen. Und wenn es nur ist, um zu zeigen, es hat mir gut gefallen. Ich fühlte mich unterhalten, wie eine Kinokarte quasi. Das sollte man vielleicht mal, vielleicht ist das eine geile Idee für Point-and-Click-Adventure, weil wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass Point-and-Click-Adventure dieses Problem haben, dass Let's Plays für sie Fluch und Segen sind, aber am Anfang ein bisschen mehr Fluch. Weil wenn ich die Story hier gesehen habe, dann ist natürlich die Chance niedrig, dass ich es mir kaufe. Das heißt, vielleicht sollte man sowas wie Viewer-Tickets machen. Das heißt irgendwie so die Option, dass man, ja wobei, wie kann man das machen? Weiß ich auch nicht. Irgendwie gegen Mikrotransaktionen die Story beeinflussen können bei einem Streamer oder sowas wie freiwillige Donations oder so. Ich weiß es auch nicht. Schwer zu sagen. Ich bin haben was dran. Alternative Enden oder verschiedene Wege für den Wiederspielwert. Ja, das finde ich grundsätzlich zwar gut, aber ich habe auch schon Adventures gespielt, die das hatten. The Walking Dead zum Beispiel. Das habe ich auch nicht nochmal gespielt, wenn ich ehrlich bin. Also ich glaube, alternative Wege sind cool für das Spielerlebnis, aber nicht für den Wiederspielwert. Naja, nur Subs dürfen mitbringen. Das ist ja auch blöd. Mir geht es ja darum, dass der Publisher unterstützt wird. Dass quasi ein Publisher von einem... Weil ich würde ja auch gerne irgendwann Point-and-Click rausbringen. Und ich würde ja, wenn ich das mal fertig machen würde, vor dem gleichen Problem stehen. Dass natürlich einerseits der Wunsch da ist, dass es Presse bekommt durch Streamer. Auf der anderen Seite einfach die Publicity so ein zweischneidiges Schwert ist. Weil es nicht zwangsläufig dazu führt, dass mehr Leute sich das kaufen, sondern eventuell sogar, dass weniger sich das kaufen. Geld dafür nehmen, dass gestreamt werden darf, finde ich auch scheiße. Das ist doch auch dumm. Telltale Games haben keinen alternativen Routen. The Walking Dead hat zumindest... Gaukelt es einem sehr gut vor, dass es alternative Routen hat. Stretch Goals. Wäre eine Option. Ja, das wäre eine Option, dass man halt Elemente einbaut, die in irgendeiner Weise über eine Mikrodonation oder so beeinflusst werden können. Und das teilen sich dann der Streamer und der Publisher. So, dass quasi... Wisst ihr, was ich meine? So, dass wenn du privat spielst, gibt es das nicht. Dann hast du das Spiel gekauft, fertig. Aber wenn es gestreamt wird, hast du als Zuschauer die Möglichkeit, einen Euro zu spenden oder so. Und kannst an der Umfrage zu einem Ding teilnehmen. Wir werden auch Leute scheiße finden, aber man muss es halt nicht machen. Ja, freiwillige Spenden wären halt auch eine Option. Das ist vielleicht der einfachste Wohnen. Das ist wahrscheinlich echt der einfachste Weg. Einfach am Ende in den Abspann nochmal setzen. Ey, wenn es euch gefallen hat, denkt dran, dass das hier ein fettiges Spiel ist. Ihr müsst nicht kaufen. Aber wenn ihr es im Stream geguckt habt, wäre es einfach der Hammer, wenn ihr sagt, es hat mich gut unterhalten. Lasst einen Euro da, wir freuen uns. Spielwerbebanner integrieren. Nee, danke. So, also abschließend ein wunderschönes Spiel. Ich hoffe, dass sie tausende Versionen davon verkaufen. Verdient wäre es gerade. Kleines deutsches Indie-Studio. Erstes Spiel von denen. Richtig cool. Hat mich gut unterhalten. So, kommen wir zu meiner Wohnwagen-Idee. Denn wir haben das jetzt abgeschlossen. So, kommen wir zu meiner Wohnwagen-Idee.